Wie war denn das Camp? Schöne Sachen entdeckt? Ja, ein paar. Wir sind da! Hey! Das ist mein Freund John. Ist eine Freude, dich mal kennenzulernen. Ich hoffe, meine Anwesenheit stört dich nicht. Ich weiß, es ist dein Seehaus und ich werde nicht versuchen, dir Zeit mit deiner Mutter zu stehen. Es ist wichtig für mich, dass du damit einverstanden bist. Ich freue mich für euch. Wie seid ihr euch begegnet? Ich war das ganze Jahr hier am See. Ich erforsche hier ein paar seltene Arten. Irgendwie bist du ein seltsamer Kerl. Ich denke, das bin ich. Aber ich meine, seltsam ist cool, oder? Schließt du immer die Tür ab, wenn du schlafwandelst? Genau hier. Ich habe gesehen, wie du in den See bist. In Richtung dieses Lichts. Aber ich bin gar nicht nass. Ich liebe ihn wirklich sehr. Ich liebe ihn. Er ist nicht normal, Mom. Ich liebe ihn. Wir werden bald eine Familie sein und müssen lernen, zu verzeihen und zu vergessen. Richtig, Libby? Mom, geh weg von ihm! Libertine. Wir sind hier. Wir sind hier. Er ist hier.